Derartige Low-Tech-Maschinen glänzen keineswegs mit präzisen Bewegungen, aber gerade deswegen sind diese gut geeignet, die prinzipiellen Schwachpunkte von Roboterarmen aufzuzeigen. Derartige Low-Tech-Maschinen glänzen keineswegs mit präzisen Bewegungen, aber gerade deswegen sind diese gut geeignet, die prinzipiellen Schwachpunkte von Roboterarmen aufzuzeigen. Vom ersten Drehpunkt bis zum äußersten Servo beträgt die Armlänge etwa 30cm. Ein Servo wiegt etwa 45g. Mit der Armlänge von 30cm erhalten wir, nur unter der Berücksichtigung des Gewichts der beiden Servos am Ende des Hebels, ein Drehmoment von 27Ncm, was in etwa dem maximalen Drehmoment von 26Ncm entspricht. Eine vertikale Bewegung des ersten Gelenks kommt also nicht in Frage. Wird der Roboterarm so aufgebaut, dass die Drehachsen der Gelenke zum Erdmittelpunkt zeigen, so müssen die Servos nicht gegen die Gewichtskraft arbeiten. Diese Bauart bezeichnet man als horizontalen Gelenkarmroboter. Das Drehmoment der Servos genügt, um den Arm um alle drei Gelenke zu bewegen. Lasten werden mit Hilfe des fünften Servos gegriffen... ...und mit Hilfe des vierten Servos angehoben. Dabei wirkt nur ein Hebel von gerade einmal 5cm, womit das Servo theoretisch Lasten bis zu 500g heben kann. Aufgrund von Reibung schafft der Roboterarm in der Praxis aber gerade einmal eine Maximalkraft von 3.6N... ...womit etwa 250g zuverlässig angehoben werden können. Angesteuert werden die Servos von einem Arduino Uno. Wie in meinem Video zu Servos gezeigt, wird dazu ein Pulsweiten-Signal mit einer Grundfrequenz von 50Hz verwendet. Die Pulsweite liegt zwischen einer und zwei Millisekunden, wobei die Software eine Änderung in Schritten von einer Mikrosekunde ermöglicht. In der Mittelstellung beträgt die Pulsweite 1.5 Millisekunden, also 1500 Mikrosekunden. An dem Servohorn ist eine 30cm lange Aluleiste befestigt und die Mittelstellung ist am Ende mit einem Pfeil markiert. Die Pulsweite wird nun in Mikrosekundenschritten erhöht, bis eine Bewegung zu erkennen ist. Wie zu sehen, erfolgt zunächst keine Drehung... ...bis sich das Servo bei 1504 Mikrosekunden ruckartig dreht und der Hebel um 1mm ausgelenkt wird. Wird die Pulsweite verringert, so bewegt sich das Servo erst bei 1499 Mikrosekunden in die entgegengesetzte Richtung. Wie zu sehen, zeigt das Ende der Aluleiste nicht wieder exakt auf die Mittelstellung. Eine Ursache für die Ungenauigkeit liegt im Drehsensor des Servos. Dieser besteht aus einem einfachen Potentiometer, bei dem der Drehwinkel über den Spannungsabfall am Schleifkontakt gemessen wird. Die Verbindung von Potentiometerachse und Servohorn ist nicht frei von mechanischem Spiel. Ferner ist die am Potentiometer anliegende Gleichspannung immer von Störungen überlagert. Die Winkelauflösung der Drehbewegung kann nicht kleiner als die von den Störungen hervorgerufene Unsicherheit sein. Das Servo reagiert daher erst auf eine Anhebung des Sollwerts, wenn die Abweichung zum Istwert eine gewisse Größe erreicht hat. Um ein Schwingen um den Sollwert zu verhindern, wird der Servomotor bei geringen Abweichungen zum Istwert nur mit geringer Leistung angesteuert, was auf dem Oszillogramm zu sehen ist. Erst mit zunehmender Abweichung wird der Motor in Gegenrichtung voll eingeschaltet. Der Motor muss zum Bewegen des Servohorns aber ein gewisses Drehmoment aufbauen, um die Reibung des Getriebes zu überwinden. Neben der Ungenauigkeit des Potentiometers führt das ebenfalls zu einer ruckartigen Bewegung und zu einem Verlust von Stellgenauigkeit. Für die hier verwendeten Servos erhalten wir im unbelasteten Zustand eine Stellgenauigkeit von etwa 2mm am Ende eines 30cm langen Armes, was einem Winkel von etwa 0.4 Grad entspricht. In dem fertigen Roboterarm befinden sich drei Gelenke vom ersten Drehpunkt zur Spitze des Greifarmes, womit sich die Abweichung auf 15mm addiert. Bei der Bewegung des Roboterarms kommt der Präzision noch eine weitere physikalische Eigenschaft in die Quere, die Trägheit. Der Roboterarm schwingt deutlich, wenn dieser um die erste Achse gedreht wird. Je langsamer die Bewegung, um so geringer ist die daraus entstehende Abweichung. Mit Treibung können Schwingungen gedämpft werden. Dazu müssen die Schrauben an den Drehachsen so fest angezogen werden, dass genügend Treibung entsteht, aber nicht zu fest, dass die Servos die Gelenke noch drehen können. Die Bewegung verläuft nun etwas gleichförmiger. Durch den sehr langen Hebel bewirkt schon eine kleine Seitenkraft eine deutliche Auslenkung vom Sollwert. Wie zuvor angesprochen, steuert das Servo ja erst bei einer größeren Winkelabweichung mit voller Leistung der Auslenkung entgegen. Wie zu sehen, verläuft die Bewegung des Roboterarmes nicht allzu geschmeidig. Um einen guten Roboterarm zu bauen, benötigt man drehmomentstarke Motoren, sehr geringes mechanisches Spiel und hervorragende Drehsensoren. Diese drei simpel klingenden Forderungen sind technisch allerdings schwer umzusetzen und machen gute Roboterarme zu sehr teuren Werkzeugen. Diesen Spielzeug Roboterarm nachzubauen ist dennoch keine vergeudete Zeit. Denn nur wer die Schwachpunkte kennt, kann diese in folgenden Konstruktionen beseitigen. Außerdem kann die Softwareprogrammierung mit diesem preisgünstigen Roboterarm erlernt werden. Wie bereits gesagt übernimmt ein Arduino Uno die Ansteuerung der Servos. Die Befehle erhält der Mikrocontroller von einem Raspberry Pi über die USB-Schnittstelle. Das Benutzerinterface ist in HTML mit JavaScript und Perl programmiert, wozu auf dem Raspberry Pi der Apache Web Server läuft. In einem Browser kann die Seite aufgerufen und somit der Roboterarm per Maus oder über den Touchscreen angesteuert werden. Der Greifarm kann so mit den Schaltflächen zu einer gewünschten Position dirigiert werden. Zu jeder Zeit kann die aktuelle Position abgespeichert werden. Mehrere Eckpunkte ergeben damit einen Bewegungsablauf. Dieser Bewegungsablauf kann anschließend automatisch abgespielt werden. Mit diesem Mini-Roboterarm, der aus vier Potentiometern und einem Schalter aufgebaut ist, kann der große Roboterarm ebenfalls angesteuert werden. Die Winkelstellungen der Gelenke des kleinen Armes können über die Analogeingänge des Arduino eingelesen werden. Aus diesen Werten errechnet der Mikrocontroller die Pulsweitensignale zur Ansteuerung der Servos, womit der große Arm der Bewegung des kleinen Armes folgt. Auch die Potentiometer des kleinen Roboterarmes sind alles andere als perfekte Drehsensoren. Es gibt mechanisches Spiel in den Verbindungen zu den Schleifkontakten und jede Störung in der Versorgungsspannung führt zu Abweichungen der eingelesenen Sollwerte. Auch hier gilt, diese simplen Konstruktionen sind keine Präzisionswerkzeuge, aber gut geeignet das dahinter stehende Funktionsprinzip zu verdeutlichen. Ohne den Touchscreen kann die Benutzeroberfläche von jedem Rechner mit einer Netzwerkverbindung zu dem Raspberry Pi aufgerufen werden. Somit kann der Roboterarm auch über das Internet angesteuert werden. Aus der Ferne können gespeicherte Bewegungsabläufe aufgerufen werden. Der Roboterarm wird so zum Fernschreiber. Die prinzipbedingt geringe Präzision der Konstruktion ergibt keine geraden Linien oder rechte Winkel, aber die Absicht ein Quadrat zu zeichnen ist zumindest zu erkennen. Wer mit dem Greifarm Objekte anordnen möchte, sollte nicht allzu kleine Bauklötze verwenden. Die hier zu sehenden Holzklötze sind 22x8x50mm groß. An den Eckpunkten der Bewegungsabläufe hält der Roboterarm immer für eine Sekunde inne, um allzu starke Schwingungen zu verhindern. Neben der Hardware ist auch die Software verantwortlich für die Präzision der Bewegung. Der größte Handlungsbedarf zur Verbesserung ist bei diesem System allerdings an der Hardware auszumachen. Der Roboterarm schwingt bisweilen deutlich und die Geschwindigkeit ist alles andere als atemberaubend. Das Programmieren des Roboterarms über die Schaltflächen ist zeitintensiv. Das Einrichten dieser Befehlssequenz hat einen Vormittag gedauert. Die Ausgangspositionen der Holzklötze habe ich mit dünnen Bleistiftlinien markiert, um nicht immer wieder bei 0 anfangen zu müssen. Erstaunlicherweise ist die Erfolgsquote beim Abspielen der Sequenz sehr hoch. Von etwa 10 Abläufen hat der Arm nur zweimal einen Holzklotz nicht aufstellen können. Roboterarm Version 0.1 ist nur der Anfang einer Reihe derartiger Maschinen mit dem Ziel, die Präzision schrittweise zu verbessern. Gezeigt werden soll, was mit einfachen Materialien noch so möglich ist und mit fortschreitender Evolution, warum letzten Endes gute, leistungsstarke Roboterarme nicht für kleines Geld zu bekommen sind. Die Nachbauanleitung für Roboterarm 0.1 gibt's wie immer auf der Projektseite. Die zum Nachbau benötigten Werkzeuge sind eine Metallsäge und eine Bohrmaschine. Verwendet wurden Aluleisten, eine 4 und eine 10mm Gewindestange und mehrere 3 und 4mm Schrauben und Muttern. Alles Dinge, die in jedem Baumarkt erhältlich sind. Ein Stück Holz für die Bodenplatte zu finden, dürfte ebenfalls kein Problem sein. Die Elektronik besteht aus 5 Servos, einem Arduino Uno und einem Raspberry Pi. Als Stromversorgung kommt ein altes Computernetzteil zum Einsatz. Soweit mein erstes Video zu Roboterarmen. Danke fürs Angugge und bis bald! Soweit online! Das war's 8,5 grad. Okay, so betrug. 50,000, 1000,000,000 oder 7,000,000. In 10,000,000 pounds. Das war's 5,000,000. Mike, das war.. Objektor, das war, warum esrange. Vielen Dank.